Hey meine Beste draußen, ich bin's Jan von Buddies United und heute öffne ich für euch das neue Magitex Extra Starter Bank. Also die neue Serie ist am Donnerstag offiziell in den Läden erschienen. Wir haben ja schon ein Pack Opening am Donnerstag gebracht, gestern bei Pack War auch die ersten Magitex Extra Karten gehabt und heute kommt das Starter Pack. Und ja, also ganz allgemein, das Ganze kostet 8,99 Euro, wie man das Ganze auch gewohnt ist. Und was hat man da drinne? Der Inhalt, 10 Karten plus eine Limie, Sammelmappe, Sammlermagazin mit Spielfeld und Spielregeln. Und ja, ich würde mal sagen, dann machen wir auch das Ganze gleich mal auf. Muss man einfach hier aufreißen oder ich hol mir einfach eine Schere dazu. So, und dann holen wir am besten erstmal, naja, gleich schon alles raus und ich sehe hier schon zu viel. Und ja, was haben wir hier? Als erstes haben wir natürlich die Sammelmappe, wie man es gewohnt ist. Und es hat auch, da kommt gleich dieser typische, sage ich mal, Magitex Geruch raus von neuen Magitex Karten. Und richtig nice. Ja, also noch eine leere Mappe. Dann haben wir hier das Deckblatt. Mal schauen, wer da alles drauf ist. Tisseron von Ingolstadt. Aitaj Zulu, Michael Hector, Mario Götze, Maldo, Gebre Selassie und Finn Burgasson ist es, ja. Und natürlich Magitex Extra, das Ganze in Orange, Grün. So sind auch die Päckchen. Und ja, auf der anderen Seite ist die Checkliste hier mit den verschiedenen Clubs. Und da kann man schauen, ja, das sind jetzt die Basiskarten, Kader-Update-Karten, Neues-Transfers und Spezialkarten. Und da hat man fünf neue Transfers, beziehungsweise Kader-Updates plus eine Spezialkarte. Und ja, das kann man dann hier ganz einfach hier vorne so reinschieben. Und schon hat man so eine Sammelmappe. Und dann hinten hat man den Rest der Checkliste. Was gibt es noch? Die restlichen Clubs. Auswärts-Rikro-Karten von jedem Klub. Zweite Bundesliga-Torjäger-Karten. Markische Momente-Karten. Duo-Karten. Matchmänner-Karten. Und die Klub-100-Karte von Timo Werner. Head-Ricket-Karten. Und... Oh, das ist interessant. Es gibt ja neue Top-Fantasy-Spieler-Karten. Und bislang wusste ich noch nicht, wie viele es davon geben wird und was es alles gibt. Wir haben Anthony Modest schon gezogen. Ich habe Robert Lewandowski schon gesehen. Und ich war wirklich gespannt, wen es noch gibt. Und jetzt sehe ich gerade, es gibt auch nur diese beiden. Also hier unten Top-Fantasy-Spieler Anthony Modest und Lewandowski. Jetzt verstehe ich es aber wirklich. Jetzt verstehe ich es aber weniger irgendwie. Ich dachte, es gibt dann irgendeine Top-11 der Hinrunde sozusagen von den besten Spielern oder von jedem Verein den besten Spieler oder so, der die meisten Punkte gebracht hat. Aber zwei Stück. Also ich finde die vom Karten-Design und so finden. Von der Idee fände ich eigentlich das geil. Aber naja, bin ich ein bisschen komisch. Und dann hinten haben wir nochmal Werbung für die Gewinnspiele. Man kann die Codes, die in jedem Spiel, in jedem Päckchen drin sind, eingeben. Und dann einmal virtuell Matchday spielen und dann an Gewinnspielen teilnehmen sozusagen. Und es gibt hier viele coole Gewinnspiele, die über 1000 Stück sagt es hier wahrscheinlich einer der besten Preise. Ein Meet & Greet, ein Treffen mit Rafinha vom FC Bayern. Zehnmal den Torfabrik, einmal ein Tischkicker, 15 Bundesliga-Trikots seiner Wahl. Über 1000 unterschriebene Matchday-Karten. Das ist richtig nice. Hier haben die ein paar Beispiele gemacht. Und noch viele weitere. Und ja, wie gesagt, mal einfach die Codes aus den Päckchen eingeben. Und diese Seite kann ich auch hinten rein machen. Und dann sieht das so aus. Wobei, ganz persönlich finde ich das immer besser, wenn hinten irgendwie das auch... Weißt du, wenn so Werbung, dann sollte es entweder drin sein oder im Sammlermagazin oder sowas. Aber hinten so dieser Hinweis zu den... Na, ich hätte da lieber irgendein großes Bundesliga-Logo oder großes Matchday-Logo. Das wäre geil. Aber naja, trotzdem ganz cool. Und dann kommen wir auch schon zum Sammlermagazin. Und auch, glaube ich, ein Spielfeld ist ja, glaube ich, auch drin. Ja, hier haben wir das Spielfeld. Hinten die Spielregeln. Aber die kennt ja, glaube ich, sowieso bisher jetzt jeder. Hier vorne haben wir auch noch ein paar Spieler abgebildet. Und dann den Hitz, den das Matchman ergibt. Und hier haben wir noch Keita, Fabian Johnson, Müller, Benterlep. Ich glaube, es ist Philipp und De Blasis. Also ein paar Spieler. Und dann haben wir hier in der Mitte einige Informationen nochmal zur Serie. Und das ist immer richtig, richtig informativ, sage ich mal. Richtig interessant. Und ja, hier neue Transfers. Während der Winterpause haben die Bundesliga-Clubs sich mit neuen Spielern verstärkt. Das kannst du jetzt auch tun. Die neuen Transfers behinderhalten unter anderem die dänischen Mittelfeldspieler Thomas Delaney, den Franzosen Timothy Kulicicak und die Niederländer Basuer. Und dann Duo-Karten. Hattrick-Helden gibt es zehn neue. Und dann ist hier, das ist ganz cool gemacht, die Liste von den verschiedenen Hattrick-Helden, in welchen Spielen sie die Hattricks gemacht haben. Dann andere Aussitzt-Trikot-Karten und so weiter. Und Aussitzt-Trikot-Karten erzielen anscheinend zwei Tore. Magische Momente-Karten sind auch mehr erklärt. Dann Print-Me, Top-Sprint-Me ein bisschen. Werbung, Pro-Eleven-Karten nochmal gezeigt. Dann die Top-Store dieses Jahr, die in Bremen, Köln und Berlin ist. Und dann noch die neuen Limis. Und mal schauen. Es gibt einmal das Bundesliga-Logo. Dazu kommen wir gleich. Dann von der Hertha gibt es John-Anthony Brooks, Gold, Silber und Bronze in den Kartenpäckchen. Von Leverkusen, Karim Belarabi, ebenfalls Gold, Silber, Bronze in den Kartenpäckchen. Dann vom VfL Wolfsburg gibt es eine neue. Also es gibt zwei extra Limis nur für Magic Extra. Also das sind Leverkusen, Hertha und auch Frankfurt. Hatten bei der normalen Serie keine Limis. Aber es gibt zwei extra Limis für die Serie. Einmal Yunus Mali, der neue Wolfsburger. Gibt es in der Bravo Sport am 23. März. Also schon bald, nächste Woche. Zwei Wochen, zwei Wochen, ja. Und dann noch Seat Kulajinac von Schalke 04 in der darauffolgenden Bravo Sport. Ausgabe 87. Und dann von unserem Lieblings-Tub Eintracht Frankfurt gibt es noch eine Limis. Und zwar in Gold. Lukas Radecki, der Torhüter. Und wie ich es schon vermutet hatte, in einem Magazin, und zwar dem Top-Tor-Magazin. Wie schon letztes Jahr sind auch wieder Limis drin. In der Ausgabe Nummer 16 am 12. April 2017. Wobei, besonders wie das Top-Tor-Magazin war ja in der Vergangenheit schon, dass sich da teilweise Daten geändert haben. Deswegen steht hier auch vorläufiges Erscheinungsdatum. Und ja, das waren die Infos. Und jetzt kommen wir zu dem, worauf ihr natürlich auch gespannt seid. Und zwar Karten natürlich. Hier haben wir ein kleines, transparentes Päckchen. Und was ich eben, glaube ich, schon mal kurz gesagt habe, was ich nicht so toll fand. Man sieht hinten schon, ja, was für eine Spezialkarte drin ist. Und vorne die Limis ist ja nicht schlimm. Das ist ja klar, was drin ist. Aber, naja, die besondersste, die beste Spezialkarte, das hätte ich, naja. Aber, was mir gerade jetzt auffällt, ist, hier sind 10 Karten drin. Ich glaube, in der Vergangenheit waren da immer nur 5 drin. Deswegen große Daumen nach oben an Tops, dass da jetzt mehr Karten drin sind. Dann erstmal Pro-Eleven-Coach. Und dann gehen wir jetzt durch die Karten. Als erstes also die limitierte Auflage, das Bundesliga-Logo in Gold. Natürlich 100, 100. So sieht es aus von hinten. Nochmal ein kleines Bundesliga-Logo. Ich finde es ein bisschen interessant, dass sie das reingepackt haben. Und keine der drei Limis, wie Radetzky, hier rein. Aber, das sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Dann machen wir weiter mit Karten. Diamantakis. Diamantakos von KSC. Hier, Girassi, der vor der Saison, glaube ich, für 3,5 Millionen sogar geholt. Aber nicht so richtig eingeschlagen. Deutschmann von Köln. Dann Jung von Ingolstadt. Veljkovic. Memedi. Hier, Rudi, auswärts Trikot-Karte von Hoffenheim. Dominik Maru von Köln. Dann Christian Pulisic als Magic Moment, magischer Moment, Punktretter gegen Ingolstadt. Für Borussia Dortmund. Und Matchwinner, Jesus Vallejo. Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt. Die Liga von Real Madrid. Richtig starke Hinrunde gespielt. Jetzt ja aktuell leider verletzt. Hoffentlich kommt er bald zurück. Und die Eintracht braucht ihn auch. Und, ja, richtig nice. Und, was ein Zufall. Das ist in unserem Starter-Pack dann auch unser, sozusagen, der Matchwinner, unseren Lieblingsklub. Und überhaupt, dass ein Matchwinner drin ist, finde ich richtig stark. Die letzten Jahre war es meistens ja so, dass die Limi drin war und fünf Basiskarten. Und jetzt hat man drei wirklich starke Karten. Eine Limi, ein Matchwinner, eine Special-Karte. Wie, also, hier, eigentlich wie normales Päckchen. Das ist eigentlich normales Päckchen plus eine Limi. Also, finde ich stark. Finde ich gut. Gute Änderung von Topst. Ein bisschen freundlich, sage ich mal, verbraucherfreundlicher, sagt man so. Ein bisschen auf die Sammlereingang. Und, ja, das war es auch schon mit dem Video von der Sammelmappe. Und, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was war euer bestes Päckchen der neuen Matchwinner-Extra-Serie. Es haben ja einige schon Timo Werner bekommen, habe ich unter den letzten Videos gelesen. Und, ja, schreibt mir in die Kommentare, was euer, ja, bestes Päck war und was für ein Grund. Weil für manche ist es vielleicht das beste Päck, wo ein Lieblingsspieler drin ist. Für die anderen vielleicht Klub 100, vielleicht ein Matchwinner. Würde mich wirklich interessieren. Und, ja, wir sehen uns bald wieder hier bei Badis United. Ciao. 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 Ciao.